so Leute, willkommen zurück zu Bloodbore. Ich wollte eigentlich offscreen jetzt dahin gehen, wo ich glaube, wo der Boss ist, aber ich habe hier auch noch was entdeckt. Nämlich, ich habe nur da vorne das Shiny gesehen und dachte mir so, okay, nehme ich auf und schneide ich dann separat zusammen. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das da hinten? Ihr seid doch die Viecher aus Yosefkas Klinik, oder nicht? Was ist das? Ihr könnt zaubern? Da kam Blood Edelstein. Ich habe übrigens sicher Molotovs Edelmeister, falls jemanden interessiert. Was mache ich jetzt gegen das Vier? Wie sieht es bei euch aus mit Feuer? Ja, der eine Opfer zieht. Eui, eui, das macht Schaden. Aber das Feuer macht auch Schaden. Dann ist noch einer. Dienstläufige Metamorphose. Sollte ich vielleicht auch mal lesen. Ich würde sagen, oh ja, ihr könnt alles in der Videobeschreibung nachlesen. Nur um die Videobeschreibung zu betriggern, aber das wäre viel zu viel Arbeit für mich und wahrscheinlich viel zu nervig für euch. Deswegen lasse ich es. Ist dann in einem Video sowas zu erleben, ist dann doch besser. Jetzt kommt's Blood Edelstein. Ist das voll drin? Okay. Gut. Den restlichen Weg werde ich jetzt nicht ausschneiden. Und wegen, wie ich da glaube, hinzugehen, wo der Boss ist. Ich da glaube nicht mehr anders. Wo ich da jetzt hingehe, wo ich glaube, wo der Boss sein könnte. Wo der ein Boss sein könnte. Das werde ich jetzt nicht machen, weil ich könnte mich ja immer noch irren und weitere Wege entdecken. Hier geht's noch oben. So, weil diese Altare und diese Schlangträger tun. Ich werde's da lang gehen. Weil ich glaube, da bin ich richtig. Jetzt sollte ich die Fackel wegmachen. Einfach damit man meinen Lichtschein nicht sieht, weil ich weiß nicht, ob die Gegner den sehen können. Du Scheiße. Eine Sau. Wie ich spazieren geht. Egal. Sorry, Sau. Ich hoffe, du killst mich nicht. Ja, so zum Beispiel. Genau, das wollte ich ja eigentlich vermeiden, aber es ließ sich gar nicht vermeiden. Und zwei Punkte, vielen Dank. Oh, der war doch noch eine zweite Sau, oder nicht? Hier war's. Oh, da drin. Das heißt, die Schweine kommen immer wieder. Ist ja nett. Das hat er nicht gesehen, oder? Wie sie nicht gesehen hat. Das Gesicht. Was warst du da? Werden wir mal was testen. Ölohrne. Aufmerksam. Vielleicht klingt das ja was, wenn ich zuerst Öl auf dich schmeiße. Und tatsächlich war's ziemlich fies sogar. Das ist die Sau natürlich sauer. Sau ist sauer. Haha. Sie ist voller Öl. Da. Da. Ins Auge. Danke. Jetzt hab ich 21. Klingt nicht schlecht. Ja, da hinten krieg ich noch die Typen hier rum. Wo war jetzt der Ort, wo ich denke, wo ein Boss sein könnte? Ja, ging's, glaub ich, nach unten. Ich mein, der Weg hier hin ist ziemlich weit. Den werde ich definitiv immer rauskappen. Okay, da vorne. Da sieht man schon aufgrund der Nebelwand, dass hier was sein könnte. So, ich geh vom Schlimmsten aus. Was schätze ich denn, was es sein könnte? Eine Megaschlange, oder so? Das wird kacke. Hm? Hat der Himmel da hinten sich grad geändert? Schatten von Janan. Okay, erstmal schauen. Okay, zwei Nahkämpfer und ein Zauberer. So. Ist zwar eine Fightlings-Methode, die ich hier grad mache, aber... ...dürfte, glaub ich, passen. Oh, ich hab den zweiten auch erwischt. Wollte ich gar nicht. Aber ich glaube, gegen alle drei gleichzeitig zu kämpfen, ist dumm. Wow. Das wollte ich nicht. Scheiße, ist der stark. Der eine. Wow. Gut. Einmal so kurz geworfen, weil es grad nicht anders ging. Wow. Scheiße. Da kommen die beiden. Wow. Der eine ist... Krass. Nein. Die sind definitiv zu nahe als Sonnengrad. Aua. Okay, ich muss weiter auseinander treiben. Okay, so kann ich sie nicht einfach angreifen. Tschüss. Scheiß Dreck. Das war knapp. Was machen die da? Verbrennen die sich gegenseitig? Mann, sind die blöd. Achso, nee. Es wachsen Schlangen aus ihnen. Okay. Nur einmal angreifen. Definitiv. Was gebe ich? Okay. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber egal. Hier ist mein Safe-Punkt. Kann ich gut nutzen. Uhu. Okay, den einen, der geht gleich drauf. Aber was mache ich dann mit den anderen beiden? Aua. Gut, der ist weg. Scheiß Telefon. Warum jetzt? Die Uhrzeit. Gut. Gut. Das wollte ich gar nicht. Egal. Okay, der mit dem Flammenschwert da ist. Da hat noch die volle Lebenskraft. Das ist schlecht. Shit. Shit. Boah. Das muss hier ruhig sein. Beide gleichzeitig. Das ist schlecht. Shit. Wow. Ein Schlangenarm. Na gut. Wird passen. Wenn aus den Schlangen wachsen. Das ist gut. Oh. 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 Das muss ich eigentlich gar nicht. Aber egal. Ich glaube die helfen mir nicht all zu viel. Oh. Den anderen direkt ins Gesicht. Oh. Toll. Jetzt schmeiß ich ihn mit mir irgendwo mehr auf ihn. Super. Ups. Den dahinter wollte ich gar nicht. Ja. Ich spring genau rein. Maurell. Habe ich ihn getroffen. Mauer. Das macht gar nichts. Oh. Scheisse. Oh. Der eine hat ihn adesso gewonnen. Neue Arte. Den Ansturm ist nicht schlecht. Die habe ich gerade gemerkt. Jetzt reichen beide aus. Gut, zuerst der. Bin ich gerade angespannt. Schmeiß einfach das letzte weg. Beide. Das bringt leider nichts. Shit. Halt doch auf sie anzuvisieren. Okay. Da ist der mit vorher schwert. Das bringt mir gerade nichts. Der hängt da. Den will ich eigentlich. So lange sie noch zu zweit sind, sieht schlecht für mich aus. Den wollte ich gar nicht. Okay. Was ist das? Ich glaube jetzt sind sie total durch die beiden. Was ist das? Woah. Woah. Was ist das? Ah, scheiße. Ich will den da. Scheiße. 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 Schlange. Toll. Letzte Viola. Ich habe sie gekillt. Ich habe sie gekillt. Wow. Frostfall. War aber knapp. Und Rausch. Schatten von Janem. Schatten von Janem. Es war knapp. Gegen Ende. So. Wieder hier. Ich glaube ich werde das rausschneiden. Auch wenn es nicht lange dauert. Wir kommen nach BuzzFinnen. Oh gut. Lass mich. Ein Level Up. Gut ich mach viele Schaden. Wieder Aus da. Egal Schaden. Schauen wir mal ob ich meine Waffe verstärken kann. ich brauche noch zwei bauten die pistole kann ich aufrüsten jetzt kann ich ein drittes einfügen, das ist schön, ok, das ist ganz flüchtig ah ok, da habe ich dann Feuer, was macht das? auf der GP gewinnt 1 erhöht physischen Schaden Feuerschaden da auf der GP gewinnt 2 nehme ich das hier ja, meine Klinge, die sieht schon ziemlich gut aus 20, 93 ich muss ein bisschen mitnehmen ich Wurfmesser? ne dann kann ich wohl ein paar Wurfmesser und Blutvieh holen im Gift, kann es sein, dass die hier immer teurer werden nochmal 12 die alle gelagert werden und ein paar Wurfmesser das bisschen fehlt nochmal, ich muss was verkaufen keine Ahnung wofür die Bluttabletten gut sind so, perfekt gut, dann würde ich sagen, das war Bloodborne nächstes Mal gehen wir zum verbotenen Grab und schauen wie es da weiter geht ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder für dich